Der 3. Oktober, der Tag der Deutschen Einheit, ist undenkbar ohne den Einsatz der Bürgerbewegung. Die Bürgerrechtsbewegung kämpfte damals für Reisefreiheit, gegen die Stasi und gegen die Mauer. Wenn wir uns heute freuen, dass es keine Mauer mehr in Berlin gibt, dann sollte das zugleich für uns Ansporn sein, gegen die Mauer zu kämpfen, die aktuell rund um Europa hochgezogen wird. Wenn wir uns heute freuen, dass wir faktisch Reisefreiheit haben, sollten wir auch daran denken, dass zunehmend mehr Menschen aufgrund von Armut sich den Urlaub nicht mehr leisten können. Und wenn wir uns heute freuen, dass die Stasi nicht mehr gibt, dann sollte das für uns zugleich Ansporn sein, uns einzusetzen gegen die Ausweitung des Überwachungsstaates, wie sie Schäuble und Co. planen. Die Forderungen der Bürgerrechtsbewegung damals für Reisefreiheit gegen die Mauer und gegen die Bespitzelung waren mehr als berechtigt und sie sind heute mehr denn je aktuell.